Herzlich Willkommen, angenehmen Abend. Das ist die nächste Teil bei der Frage. 0 zu 4 im Tabby gegen den GRK, Günther Neukirchner. Wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat? Was soll die Frage jetzt sein? Für was ist die Frage jetzt? Erklären Sie mir das. Wollen wir jetzt freuen, wenn wir 4-0 verlieren oder was? Bei uns haben ein paar die Hosen früh, wir machen Kapitale eingefallen, mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen Sie mir auch nicht stellen. Haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage? Den Eindruck hatte man jetzt zum Schluss. Das ist die nächste Teil bei der Frage. Fällt Ihnen nichts Schelleres ein jetzt? Ich weiß jetzt nicht, woher die Schärfe kommt. Das lässt man nicht passen. Wir verlieren 4-0. Die fragen wir, ob wir Angst haben, ob wir eine höhere Niederlage haben. Fällt euch nichts Besseres ein? Dankeschön. 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020